Ihr kennt das so sicherlich. Ihr spielt Mitten in der Nacht Feier-Emblem-Hex. Ich weiß wie ich, betrete die Arena, wagt auch 690 Gold und muss gegen einen Magier mit Fimbul-Vent-Antrieb treten. Ja. Geht's mit dem 6. Meine Hed-Trip schon noch 890, dann erzieht ihn 16 mit 50%, aber seht selbst. Geht's mit dem 6. Passend zum gestrigen Tag, der Winter hatte keine Chance.